auf dem halb dach ja ich werde einen gekillt ich schieß moin leute und herzlich willkommen zum neuen video ich habe die letzten tage ein bisschen mit der jatec gespielt und echt einige nice clips bekommen und hier sind immer so die highlights von den letzten tagen mit meiner jatec viel spaß mit dem video jede kugel kann einfach irgendwo hin aber nicht da wo sie hin soll das vanilla das hier im treppenhaus sind bei uns er liegt ja liegt ja einfach schließt mir in die richtung zu mir rüber er liegt hinter der mauer hinter der mauer schießt 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 hinter der mauer hinter der mauer hier vorne die mauer meintest du ja ich konnte nicht markieren 0 geraffelt im mauer du meinst blut und der gewesen sein mit papuschka es war 98 alle da war full nein der lag doch will der mich fühlen du bist ich hab doch gesagt ich habe einen one shot bekommen von der mauer habe ich nicht gehört ich auch nicht Leute schauen dass ich den loot ich brauche die sv scope ach der hat auch so ein schmutz scope auf der sv kann ich nicht mal irgendeinen hunting scope spielen oder sowas ich habe auch keinen schuss gehört hier auch nix gar nix ich auch nicht ich bin einfach umgefallen aber es war keine durchsprengung oder so bist du über mir ich bin über hier der was zu essen gehabt der typ weiß ich nicht ich weiß ich nicht essen trinken habe ich also hast du noch gar nicht fertig gelootet ne ich hab nicht fertig gelootet ich hab nur die scope und die muni von der chai genommen bist du gestorben Alcaria wo genau bei uns schon auf der Seite oder drüben ne auf der anderen Seite ich hab für dich geprefired und wurde gekillt ich hab beim prefiren schliffst du gefühlt ich hab beim prefiren schliffst du gefühlt aber ne wird er prefiren für dich du oben jetzt? ich bin oben ja ich ziehe auf den sniper headshot hast du ihn? ja dann schießt du feiner oder? ja wie hast du denn den jetzt? zwei noch zwei noch zwei noch Adler Augen hier hinten headshot noch einer sind die anderen sicher aber nicht zwei hab ich full full equip gilly und so von wo? von wo? der schluss kommt von weiter rechts von wo? ich sehe den auch nicht ich sehe den auch nicht hörst du n hörst du n Schuss? der muss Richtung Westen Nordwesten sein das ist der der Ich hab ihn, alle drei dead. BAM JUNGE! Hier liegt einer. M3 a la R Ful Ful. Nee. Soll ich irgendwas kippen da oben? Ich muss erst mal schauen, was die Alta. Oh mein Gott, will ich nur seine erste Jacke. Ist ja da zwei Lamex drin, sind mit 40er. Geh ich direkt einen Ständer. Ich hab ne La. Ich hab auch noch ne La. Bei wem soll ich jetzt trennen zu meiner Leiche oder? Meine Leiche ist noch anders. Ich kann auch sein Name nicht checken. Irgendwas mit Frau hab ich gerade gesehen bei dir. Vickard, Vickard. Vickard, ja. Hier liegt der Gilly. L96. Boah, ja. Hab sie alles am Start. AK full equipped. Alle 360er ist für die AK. Keine bei Alpen. Kommt ran, schälen sie. Ja, komm mal durch. Aber jetzt finde ich den Typen nicht eigentlich da. Ist er dabei? HK, M39. Oh mein Gott, Winnie Munnie sein Urgroß Onkel. Bachelor schauen. Keine Zeit für das hier. Alter Bachelor. Der hat hier noch 60er Max und alles, wenn ihr braucht. Ich pack mal eins ein. Komm, ich hab ne mit. Ich glaub die haben noch ganze Klamotten. Oder Westen oder irgendwas. Weil alles vorniert bei mir. Ja, der hier hat ne Impfestine hier. Ich hab die Jacke aufgeziehen. Ist das der für den Marienkäfer? Nee. Uuuuh. Kann ich dir aushelfen? Die Kati, die Kati ins Limm. Bei der Kati kann zu helfen. Ich bin zufrieden, ich bin jetzt wieder daheim. Da habe ich keine Miete. Das ist ein Oberteil oder? Hast du? Nee. Was für ein Ding? Oberteil hast du schon eins? Alter, hast du schon mal die Vector jetzt gespielt? Ich hab einen beschädigten Wollmantel. Hier liegt ein... Das ist ein Oberteil eigentlich. Was hab ich gespielt? Die Vector? Hab ich mehrere. Und? Ich könnte mir vorstellen, dass die so ungefähr ist wie P90. Ich hab den noch nie gespielt, Mann. Ja, auch nicht. Ach, jetzt wollte ich die Garte spülen, weil ich einen Mega... Vielleicht schließe ich mal mit der. Alter, Feuerrat ist ein Urgroß. Feuerrat ist... Schuss? Schuss auf mich, auf mich. Äh... Punker, Seite Backstein. Ja, ja, Punker, Seite Backstein. Hinter dem ersten Pfeiler ist er. Den ersten Dach sozusagen. Also das erste... Weißt du was ich meine? Der erste Dach? Einer dead? Nein, oben ist noch einer. Safe noch. Wo oben? Also oben am... An der Tür... Auf dem Dach war er grad. Ich weiß nicht, ob er runter ist. Chill einfach. Chill, mach langsam. Ich bin hier safe eigentlich. Nee, nee. Aber das ist drei Bracke. Entweder Dach oder drei Bracke. Es sind mehrere. Es sind mehrere. Es gibt noch andere auf mich. Also mindestens... Mindestens vier Stück. Einer dead. Nina komm mal hoch. Du bist tot? Oh ne. Auf dem Wald hat noch einer geschossen. Ich komme nie wieder runter. Ich komme nie wieder runter. Aber wir gehen zu dir rein. Ich bin auf dem Heli-Plattform. Schlecht. Der Finger ziemlich gefehlt. Ja, mach... Passier mal. Einer ist hier vorne. Aehmt auf mich. Der ist dead. Der dead. Der dead. Der dead. Vom Wald. Den hab ich. Den hab ich. Oh nein. Was? Oh nein. Ich bin ein Dulli. Ich bin runter gefallen. Und bin Hungry Road. Muss kurz meinen Reis gönnen. Ahhhh. Der dead. Der dead auf jeden Fall. Der mit der Karbein. Einer ist auf dem Dach drüben. Einer ist Bocksteindach. Genau, genau. Der ist da drauf. Wir haben ihn gesehen. Er kann doch schon runter sein. Er kann doch schon runter sein. Das kann sein. Das kann sein. Er piekt mich. Chill mal, Nina. Chill mal kurz. Chill mal kurz. Habe ihn. Habe ihn. Habe ihn. Habe einen Headshot. Habe einen. Auf meinem Ping ist noch einer. Hat aber ein Hit. Wo ist dein Ping? Äh hinten. Kann ich hochklettern? Ja da? Ja von da kannst du hochklettern einmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du wirst das sehen müssen. Ich habe ihn so ein Quick. Alter. Ich habe ihm so eine Bombe gegeben. Hinter dem Backstein war er unten. An der Wand. Ok 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 ok. Nina wo bist du? Ich habe mich versteckt. Ok. Und ich erbarriere gerade meine Slifer. Ja dass ich gut eine Brune wische. Wie in der Backstein war der sagst du? Ja. War in der Ecke. Da machen wir den Wacker aus. Äh an dem Lastwagen. An dem Mini Lastwagen. Ja ich sehe dich. Ich sehe dich. Deine gleich sehe ich. Ja der auf die Bluff weg. Ja der muss nicht liegen. Schüsse auf mich. Ich verstehe. Chill mal bitte kurz. Ich muss mich kurz konzentratenieren. Alter ich sehe die Mastzau nicht. Ich sehe sie nicht. Alter ich mach den jetzt. Von wo? Na ich sehe ihn einfach nicht. Dead oder? Ne. Aber er schießt auf mich. Ja. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich bin mitten auf dem Dach gerade. Hey wenn du Hilfe brauchst dann sag mal. Ja. 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 Kannst du ihn nicht machen. Ich bin allzeit bereit. Ja. Schieß gerade so einiges weg. Alter jetzt schießt der andere auch noch auf mich. Eine Kugel noch. Ja die schießen ja zu zweit. Von unten. Einer ist im Wald hinter dem Backstein. Einer ist da unten. Ich habe einigermaßen gut gespawnt. Ich habe einen anderen auch noch. Einer noch. Mindestens. Wir wissen nicht ob es noch mehr waren. Ja. Ich bin auf jeden Fall ein wertvolles Mitglied des Teams. Digga jetzt hat er jetzt die Hosen voll. Einen Schuss hat er gemacht. Hast du meinen Mörder? Ja ne ne das ist der letzte noch. Ja da müsste er einen Eliar hit mindestens haben. Mach mal Mark aus bitte deinen. Mecken. Ich bin weg. Perfekt. Ne der ist einmal auf mich geschossen. Dann hat er die Flucht der Gäste. Vielleicht habe ich mich auch erwischt durch die Tannen. Aber ich glaube es nicht. Ich weiß nicht wie viele Kills ich jetzt gemacht habe insgesamt. Ich hab hit. Kleine dreckige Masse. Blinkendrot leben. Immer noch auf dem Dach. Mhm. Jetzt schauen dass ich hier fucking schnell runterkomme. Ich muss grad sagen. Es sind noch zwei. Minimum noch zwei. Geil. Lass mich rein. Daisy um einiges Samy. Um einiges Daisy. Die werden gleich hochgepusht kommen denke ich mal. Was? Echt? Oh. Die wissen dass ich dead bin fast. Vielleicht schießt beide mal gleichzeitig. Dass sie wissen dass sie noch zu zweit seid. Dann pushen sie vielleicht nicht noch mal. Schill ich seh ihn auf dem Dach drüben ist einer. Oder ich bin immer noch nicht gefecht. Äh. Überraschung. Habe einen. Habe einen. Nice nice nice. Warte man kann da durchschießen? Pats Junge so schöne Schüsse gerade alter. Ich weiß nicht was da los ist. Was ist denn in den Nudeln drin Junge? Hä? Habe ich meine Flaschen verloren? Oh das war ein geiler Shot ja. Oh das war ein geiler Shot ja. Wie lange hast du noch mehr hin? Oh fuck. Ganzes Stückchen noch. Jo. Ja ich hab jetzt zwei mal. Nur mumpeln. Ja ich hab grad vier Leute geholt. Äh unten Zombie Akro. Unten ist einer. Nina. Hier unten unten unter uns direkt. Am Parkplatz. Läuft unten vor uns. Ah jetzt seh ich ihn. Hab ihn. Ey mann ich wär jetzt auch bereit gewesen okay. Soll ich auf ne Zombie üben? Was auch nicht so gleich ein Edge at the Fenster bekommst. Oh du hast recht okay. Oh manne wohl. B Purple für einen Gläutes Bei mir. Hä? Wo? Oh influisisten, die Waffe ist nicht geketet. Wo genau, wo genau? Hintenen Parkstein. Woll ich seh ihn! Your shirt. Na eins dead. Digga's war ein schöner Show... Alter ich Junge, mann. Was geht heute ab? Interesse�annah 트�ickson. Die Kodiä esc journeygrowl. Was hab ich das... Ist da in den Nudeln drinnen man. Du hättest es sehen müssen, ich hab nur die Kopfspitze gesehen, ich hab den Kopf weggemeldet Ey, warte, warte Wer hat glaub ich gepusht? Nee, Zombie Alter Junge, diese Schüsse heut Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr JTAC Actions sehen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr auf Twitch vorbeischaut, denn Link ist natürlich in der Beschreibung Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, lasst ein Abo da, würde mich mega, mega freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video, haut rein, Leute Der hat Eier Woll ich pushen? Nee, egal Schau mal, ob du spoten kannst, dann push ich nicht Nee, nee, ich seh den ja nicht Ich bin dead, ich hab ihn gerade gesehen, in der Tanne ganz oben, mein Ding, ganz oben, kurz unter dem Eis, war gekocht Naja, wenn du aber dead bist, dann push ich nicht, ich weiß, dass ich safe lege und den Loot safe Kansann Vielen Dank.